Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, der für eurer hier. Abonniert mich doch gerne auf YouTube, gebt doch gerne mal einen Creator-Code ein oder wenn ihr auch noch darauf Lust habt, abonniert mich auf Instagram oder TikTok, was oben links in der Ecke verlinkt ist. Heute spielen wir King of Retail, wie auch beim letzten Mal. Wie gesagt, man macht das Spiel ziemlich viel Spannend, also wenn es euch gefällt, klickt bitte den Lapp. Und viel Spaß mit dem Video. Okay, lassen wir einen neuen Tag gehen, Leute. Unser Geschäft wieder. Müssen wir eigentlich nur noch warten. Die ersten Kunden hier. Da sind Kunden, da sind Kunden, Leute. Ja, komm. So. Hallo. Ich bin mein Geschäft. Gut. Ja, da rein. Gut. Kommt. Hallo. Ja, klar. Ja, wir haben auch. Ja, ja. Okay, jetzt aber. Jetzt kommt hier rein, oder? Mach ich das tolle Geschäft hier an. Kommt rein. Da, siehste. Hallo. Kann jetzt nicht. Hallo, wie geht's? Ja, was verkaufst du? Ich verkauf Hemden. Oh, äh, dann kaufe ich auch Schuhe. Oh, das Ding. Oh, das freut mich. Ähm, Rosen. Brauchen sie dringend. Dann. Ganz viel. Oh, shit, Digga. Kommt in meinen Laden. Digga, ja, hau ab. Ich glaub nicht. Ja. Dann, hau ab. Hallo, guten Tag, ja. Wie viel kaufen sie denn? Nicht das mehr. 240 Dollar. Oh mein Gott, Leute. Unser erster Kunde am heutigen Tag. Unser erster Kunde überhaupt war das. Mein Gott. Wollen sie Rabatt für nächstes Mal? Wie ist das? Besuchen sie uns wieder. Danke, danke. Hallo. Guten Tag, guten Tag. Hallo. Das war er noch nicht weiß. Wie war's? Hallo. Ah. Kommen sie rein. Ey. Wir lassen über unseren Laden. Holen hier und die. Was hast du gekauft? Mein Gott, du hast was gekauft. Ne, ne, ne. Oh, wie viel? 110 für deine Hose. Gerne. Danke, danke. Bitte besuchen sie uns wieder, ja. Ja, ich hasse dich. Du bist ja so dumm. Ey, das ist auch hier an der Kasse. Die kommt einfach nicht anders vorbei. Aber die will in den Laden, glaube ich. Was hab ich gesagt? Oh mein Gott, Entschuldigung. Ich muss raus hier. Hm. Ja. Da stehen wir an der Kasse. Hallo. Guten Tag. Was kaufen sie denn? 120. Ein Hemd. Wow. Nett von ihnen. Nett von ihnen. Oh, hallo. Pflegefrau. Sie greift einfach von dahin. Sie steht hier so und greift sich da was. Normal. Normal. Tag. Ah. Hallo. Okay. Sie kaufen sich ja ne Hose. Okay. Ne. Hä? Ne Hose, oder? Sie kaufen sich auch ne Hemd. Okay. Dann kommen sie. Boah, Digga. Der coolste Gast. 100% holt er sich ne Hose. Sag ich dir. Ja, tolle Schuhe, ne? Ich glaube, der Typ holt's ne Hose und Schuhe. Der blaue hier. Ne schwarz und weiß Hose. Das wär. Das wär. 270. Ich glaube, du bist ja erkundet mit dem höchsten. Ne. Hab's verdient. Jetzt mit dem. Nice, ne? Komm. Schuhe und Hose. 380. Easy. Easy. Ey, der Laden läuft, ne? 220. Nice. Hallo. Wie kaufen sie denn? 120. Nett von ihm. Hemd haben sie gekauft. Shit. Ich glaube, wir haben fast gar nichts mehr, oder? Wenn wir noch im Jahr, wir haben noch einen. Äh, aufhören. Klicken. Fast. Ja, ich bin noch schon da. Ich bin noch schon da. Also. Nachdem gleich auf. 22. Starke. Besuchen wir unser Video. Besuchen sie uns. Wie oft das hier klingelt. Ich glaube, wir haben nicht gekundet. Da werden schon 10 Kunden. Oder was? Wie hat mich Leute mitbekommen? Normal. Tag. Okay. Genauso aus wie der Anlage, der eben bei uns hat. Ich glaube, das reicht so. Die brauchen die ganz tolle, ja. Dann gebe ich ihnen die auch. Sag ich, ja? Ich gebe sie. Für 10 Dollar. 10 Dollar. Danke, aber nein, halt's Maul. Dann hau ab. Dann hau ab. Hallo, ich muss hier. Alter. Hallo. 100 zählen wieder in die Hose. Danke, danke. Ich muss Hosen aufhören. Shit. Hallo. Wie viele Leute? Sind da gerade in unserem Land mehr als... In unserem Land sind gerade 5 Leute, 6 Leute, 7 Leute. What the fuck? Yeah, I can help you. Ah, yeah. Beginn verkauft. It's nice, yeah. Why? Shit. Excuse me. Excuse me. Erzähl mir mehr. No, no. Thanks. Ah, ja. Thank you too. Buying it. Nice. Trouser? Trouser? I think so. Der Typ da hinten hat auch eine Frage. Ey, ich brauche glaube ich Mitarbeiter, wenn es hier so weitergeht. Noch einen Tag? Nein. Hä, was für... Es gibt keine Kasse. Komm her. Ich stehe doch an der Kasse. Ich bin 30er. Was für... Es gibt keine Kasse. Wow. Hier sind doch... Ich bin ja an der Kasse. Warum sind die denn? Ich sage so, ja komm, hier gibt es keine Kasse. Dann stehe ich an der Kasse und bin ja am Start. Jawohl, ich helfe dir gleich. Ich helfe dir gleich. Irgendwann läuft anders. Wir haben schon 4.000 Dollar verdient. What? Als ob. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Digga, ich wollte dir gerade helfen. Yeah, I can help you. Give me a second. Ich will dir auch alle auf Englisch sprachen. Schuhe. Ja, danke, danke. Hallo. Can you help me? Ja, es ist... Es ist... Shoes are so nice. Ja. Ich zeige den Artikel verkaufen. Ist ja so schwierig. Ich kauf's jetzt. Ich wusste es. Ich bin der beste Verkäufer ihr wisst. Ich kauf... Hä? Ja, ja. Was? Die haut einfach ab? What the fuck? Hallo. Guten Tag. Ich kann Schuhe von Ihnen verkaufen. Ja, verkaufen Sie mir. Mal kaufen Schuhe. Ich kauf's jetzt. Ich kauf's jetzt. Shit. Fakt mir leid, bro. Ja, Franks-Tipp. Suchen Sie uns wieder. Hallo. Ich... 120 Euro wären das. Dollar. Ist das eigentlich Dollar oder... Euro? Müsste mir nur einer sagen, ne. Steht aber auch nur umsonne. Hey. Die Hosen sind ja ultraschnell alle. Wir haben nichts mehr. Wir haben einfach nichts mehr. Halt, tut mir leid. Digga, unser Geschäft. Läuft anders heftig, ne? Calvin Klein. Bestes Geschäft hier. In ganz City. Äh, das ist ja unglaublich. Sieht sich auch nicht wie in Magdburg? Ne, ist ja unglaublich. 5 Millionen Einwohner. Ist ja auf jeden Fall keine Stadt in Deutschland. Halt, dann kann ich nochmal sehen. Genau, hier, Stadt. Sind gerade beschäftigt, ja come on. Ja, das kann ich auch gucken, ist klar. Halt. Für 270 Jahre noch was einkaufen. Nett, Leute. Nett. Was? 550? Digga, was hatten die gekauft? WTF? Also, wir müssen auf jeden Fall Artikel jetzt nachbestellen. Also, ja. Unsere Stadt hat 5,4 Millionen Einwohner. Keine Stadt in Deutschland, auf jeden Fall. Ähm. Hallo, guten Tag. Ich muss gleich eine Bestellung aufnehmen. Bestellung, äh, nur im Namen. Ja, das ist so ein anderes, ja. Wer hat das? Bestellen. Nachher, wenn wir... Ich hab grad zweimal das gleich. Ja, dann nachher mach ich nochmal eine Bestellung mit anderen Sachen. Wir müssen unser Lager erweitern. Safe. Guck mal, wie viele Leute hier drin sind. Und wir haben erst 19 Uhr. Und wir haben es 21 Uhr auch. Also, nach zwei Stunden der Laden hier geöffnet. Können wir noch ein bisschen Nettjes machen, ja. Alter. Okay, ich muss mal ein paar Leute reinholen. Ich bin jetzt schon wieder zu wenig. Hallo, guten Tag. Okay. Was mach ich dir? Was mach ich dir? Okay, vielen Dank für's. Nope. Okay, warte mal. Was? Keiner mehr da? Doch, ich muss Hemden aufnehmen. Hemden war noch da. Ja. Hallo. Kleider. Hose. Gibt's noch für Hose. Ja. Game on Hose. Dann, mach mal. Dann. Wir machen so nicht das Funny Outfit. Also, komisch. Ich auch einmal. Mit dem Hemd. Ist das nicht der Merge von Falun? Warte, fuck. Der hier Merge hat. Ah. Wir machen auf jeden Fall. Und dann bringe ich so eine Merge. Jetzt lang geschlossen. Hä? Wir sind hier seit 40 Minuten. Ich will nach Hause. Mal. Bei Betrag. Miete ist natürlich wieder das Heftigste, ne? Zwei Kunden. Und dann habe ich erst die Miete bezahlt. Na, ist kacke. Okay. Wie viel Umsatz haben wir gemacht heute? Wir haben 8k Umsatz gemacht am ersten Tag. Am scheiß Eröffnungstag. What the fuck? Heftig. 53 Visitors. Das sind Customers. Das ist kein Plan. Oh mein. Also, 53 Leute waren in unserem Laden. Und 38 Leute davon haben was gekauft. Und wir haben 52 Artikel verkauft. Das heißt also, ein Typ hat hier 1,4 Artikel gekauft. Das ist voll die gute Rate, ne? Und jeder normale C hat ca. um die 214 Dollar gebracht. Okay. Oder ja, wir können wen einstellen. Ne, wir stellen noch keinen ein. Wir haben erst zweiten Tag. Ach, können wir noch nicht machen. Können wir noch nicht machen, Leute. Nächste Folge stellen wir einen ein, okay? Aber nächsten Tag müssen wir erst nochmal leben. Und dann vielleicht, okay? Oh, was cool ist. Ja, Jeans. Gibt's? Verlesen. Adidas Jeans. Äh, Adidas Hose. Egal. Holen wir uns. Ne. Und, ja, okay. So ein Sportausfit machen wir auch. Sport. Schuhe sind. Oh, die sind ein Bestes. Eins. Was? So, die sind teuer sind. Oh, die sind 120 Euro. Wie haben wir noch? 2K. Aber wir gehen ja nicht breiter. Wir können morgen die Miete kommen. Und welches Diko? Ja, Deutschland. Ich weiß nicht, ob das Deutschland ist. Machen wir so. Deutschland, Sport. Das, äh, Ding. Nicht genug Geld? Fuck. Ja, okay. Dann nehmen wir halt nur 5 davon. Halt ruhig. Okay, von jedem nur 5. Ja, okay. Hm. Ja. Okay. Hm. Dann war's das mit dem Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hm. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bei King. Ne. Der Calvin Klein Simulator 3.0. 3.0. 3.0. Und ich würde mich gerne über, also ich würde mich über eine Wertung freuen. Ähm. Gebt mir ein Like. und schreibt es in die Kommentare, was für andere Games ihr noch sehen wollt. Wird mich interessieren. Und abonniert mich. Das war's. Ciao. Und ich esse euch noch. Ciao. Und ich hätte mich beim nächsten Mal. Lieb.